Hallo ihr Lieben, in diesem Video geht es um die Entfremdung unserer Experten von der Demokratie und zwar eine nachvollziehbare Entfremdung. Und es ist ja viel oft die Rede so von, was weiß ich, Kritik an den Eliten oder irgendwie sowas. Also die stecken alle unter einer Decke und die wollen uns irgendwas Böses. Das ist sehr weit verbreitet, aber es gibt einen vielleicht genauso schlimmen, wenn nicht sogar schlimmeren Effekt, der tatsächlich diese Facheliten, kann man sie vielleicht nennen, selber betrifft, weil auch diese ganz fundamental negative Erfahrungen mit Demokratie machen, wie wir sie in der derzeitigen Form betreiben miteinander. Und das kann man etwas hemmsärmlich so beschreiben, wenn das Fachthema von irgendwem, von irgendeiner Gruppe von Menschen, die sich also professionell, vielleicht auch wissenschaftlich mit einem Thema befassen, ein großes gesellschaftliches Thema wird, sodass es in der Öffentlichkeit rauf und runter diskutiert wird, dann ist aus Sicht der Fachexperten selber so gut wie immer folgendes der Fall. Es werden Fragen gestellt, die im eigenen Fachdiskurs längst beantwortet sind. Es werden Dinge überbetont, die aus Sicht der Fachexperten überhaupt nicht so betont werden sollten, während andere Dinge, die aus Sicht der Fachexperten verdammt wichtig sind, im öffentlichen Diskurs untergehen. Also es gibt sozusagen ein wahrnehmbares Gap, was dann Fachexperten erleben zwischen dem Niveau ihrer Diskussion untereinander, wo durchaus auch unterschiedliche Meinungen im Schwange sind, unterschiedliche Fachmeinungen. Das ist jeder Fachexperte gewöhnt, dass es das gibt in seinem Fach. Das ist keine Sensation oder nichts Überraschendes. Konsens gibt es halt schon, aber nicht in allen Punkten. Aber das Niveau des Gesprächs ist halt ein ganz anderes als das in der Öffentlichkeit. Und da wir eine Demokratie geschaffen haben, die sich ganz zentral an den öffentlichen Diskurs ankoppelt, ich meine, selbst noch bei Hegel kann man lesen, diese Vorstellung, dass über die passive Wahrnehmung der öffentlichen Debatten irgendeine Art Bildungsprozess passieren solle mit der Bürgerschaft. Das steht so in der Rechtsphilosophie, wenn ich mich richtig erinnere. Nachdem es diese Vorstellung gibt, müssen wir sagen, dass Fachexperten vor dem Hintergrund dieser Vorstellung ein und das andere Mal eine Enttäuschung erleben. Und zwar nicht die bei diesem oder jenem Thema, sondern bei jedem Thema. Egal, um welches politisches Thema es gibt, es gibt immer irgendwelche Fachexperten, die sich seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten untereinander über dieses Thema verständigen. und jetzt erleben, dass also das Niveau ihrer eigenen Diskussion im öffentlichen Diskurs ganz massiv unterschritten wird. Und das führt dazu, dass nach und nach Experten extremen Demokratie skeptisch werden. Bis hin dazu, dass sie es gar nicht mehr gut finden, dass irgendwie Debatten in der Öffentlichkeit geführt werden und nicht in irgendwelchen Hinterzimmern, in irgendwelchen erlauchten Kreisen. Sie finden dann, dass viele Leute gar nicht mitreden sollten, also dass sie nicht ihren Mund aufmachen sollten oder was auch immer. und werden also ganz, ganz skeptisch gegenüber dem ganz andersartigen Phänomen der allgemeinen Beteiligung an Politik. Also die Vorstellung, dass jeder Mensch ein politisches Wesen ist, dass jeder Mensch auch politisch mitbestimmen sollte, wird sozusagen untergraben durch die konkrete Form, in der wir unsere Demokratie prozessuieren. Also kurz gesagt, es ist eine nachvollziehbare, aber falsche Übertragung von sozusagen Gespräch aller mit allen in einer bestimmten Form, in der Form eines öffentlichen Diskurses, auf die Möglichkeit eines Gesprächs aller mit allen in anderen Formen, wie es sie eben auch geben könnte, nämlich in der Form geloster Bürgerversammlungen, wo ganz andersartige Prozesse passieren, was aber den meisten Leuten nicht bewusst oder bekannt ist. Und insofern entsteht praktisch über die Form unserer derzeitigen Demokratie eine Demokratie Skepsis, gerade auch bei den Eliten selber, bei den Facheliten selber. Und das ist also in der Regel so der Prozess, also erstmal, die Leute sind halt so unter sich und man kann auch mal ganz hemmsärmlich sagen, was ist denn ein Experte? Experten sind Leute, die sich einen Großteil ihrer Lebenszeit mit einem Thema beschäftigen, also die einfach sehr viel Kontakt oder Erfahrung mit einem Thema haben und gleichzeitig umgeben sind, in einem regen Austausch stehen mit anderen Menschen, die auch sich sehr viel mit dem Thema befassen. Also es hat eine unmittelbare Komponente von Ich und die Sache und es hat eine Komponente von sehr viel Austausch mit anderen Leuten, die sich auch sehr viel mit dieser Sache befassen. Das ist im Grunde auch das, was in der Wissenschaft passiert. Also man kann Wissenschaft sehr hochhängen und sehr verklären, aber im Kern läuft es darauf hinaus, das sind halt Leute, die sind freigestellt von anderen Tätigkeiten und können sich dann teilweise auch scheinbar merkwürdigen Außenseitertätigkeiten einen großen Teil ihrer Tageswachzeit widmen und sind im regen Austausch mit anderen solchen Leuten, die sich dem gleichen Thema widmen und dadurch wird man halt Experte. In dem Sinne muss man nicht unbedingt beruflich tätig sein in einem Bereich, um Experte zu werden. Ich nehme ein sehr vielleicht hemmsärmeliges oder alltägliches Beispiel. Zum Beispiel sind Leute, die seltene Krankheiten haben oder Verwandte haben mit seltenen Krankheiten. Oft nach einer gewissen Zeit einfach Experten für das Thema, einfach weil sie sehr viel damit zu tun haben, weil sie dann oft von einem Arzt zum anderen, von einer Klinik zur anderen getingelt sind, vielleicht auch, weil sie in irgendwelchen Selbsthilfegruppen sind von Betroffenen mit der gleichen Krankheit. Also kurz gesagt, sie haben sowohl sehr viel unmittelbaren Kontakt zum Thema als auch intensiven Austausch mit anderen, die auch sehr viel Kontakt zum Thema haben und so wird Mensch halt Experte. Also Expertentum kann man auch ganz lateinisch auffassen. Experiri, was heißt denn das? Ja, also da steckt einfach intensiver Kontakt dahinter. Und natürlich gibt es Menschen, die zu bestimmten Themen schon seit Jahrzehnten in intensiven Kontakt sind und deswegen Experten sind für das Thema. Und in der Form, wie wir das aber prozessieren, ist es so, dass dann, wenn dieses Thema dann halt politisch relevant wird, wenn es plötzlich ein Thema heißer Debatten, umkämpfter Debatten wird, dass gerade dann diese Experten von dem, was dann passiert, extrem frustriert und enttäuscht sind. Und in der Regel reagieren nicht alle, aber doch keine kleinen Zahl dann so, dass sie dann aufklären wollen. Also sie gehen in die sozusagen Sozialform der Aufklärung. Das heißt, sie machen einen eigenen YouTube-Kanal oder melden sich auf Twitter an, lassen sich in TV-Shows einladen, schreiben Zeitungsbeiträge. Und den Moment, wo sie realisieren, dass diese Form der Aufklärung der Öffentlichkeit nicht die Effekte hat, die sie davon erwartet haben, spätestens dann findet eine Entfremdung von der Demokratie an sich statt. Und zwar in der Form, dass sie nicht mehr glauben, dass es gut ist, dass sich alle Menschen an Politik beteiligen. Und dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Das ist also sozusagen zwar eine Übergeneralisierung von einer bestimmten Form des politischen Prozesses auf allgemeine Beteiligung überhaupt. Also allgemeine Beteiligung überhaupt ging ja auch in anderen Formen. Aber weil unsere Gesellschaft eben nur die öffentliche Debatte, den öffentlichen Diskurs kennt als Vermittlungsmechanismus, wird dann übertragen unzulässigerweise auf allgemeine Beteiligung ist nichts Gutes, weil wir erleben das ja in der Öffentlichkeit. Also dieses schreckliche Niveau der Gespräche und dass es nicht vorangeht. Und so entsteht tatsächlich Demokratie-Skepsis bei den Eliten und dann eben eine latente, mindestens latente Präferenz für etwas, was man nennen könnte Expertokratie oder wenn man es eher mit dem alten Namen bezeichnen will, Epistokratie. Ja, Experten- oder Philosophenherrschaft. Und das ist ein, wie soll man sagen, nachvollziehbarer, psychologisch nachvollziehbarer Prozess und es ist eben auch ein regelmäßiger Prozess. Das heißt, auch das ist ein Systemeffekt. Also man kann das nicht einzelnen Experten vorwerfen, dass sie Demokratie-Skeptiker werden, sondern es ist aus ihrem Erleben, aus ihrer persönlichen Erfahrung mit eben der Art und Weise, wie wir Politik machen, wenn ihr eigenes Thema relevant wird, gibt es diesen Entfremdungseffekt. Und aus einer tiefen persönlichen Frustration heraus, die ich absolut nachvollziehen kann. Es ist nur so, dass es andere Möglichkeiten gäbe, das zu gestalten. Und das wären eben diese berühmten gelosten Bürgerversammlungen, die beides gleichzeitig leisten. Sie leisten es, dass die Experten in diesen Prozess produktiv, konstruktiv integriert sind und auch massiven Impact haben auf eben das Gespräch. Und gleichzeitig gibt es eine aktive Teilnahme aller an dem Prozess, ohne dass diese Menschen sich von Experten bevormundet fühlen. Das ist möglich. Das ist vom Prozessdesign her machbar. Und das sind meines Erachtens auch die zeitgemäßen Formen von Demokratie. Die Art und Weise, wie wir derzeit Demokratie machen oder wie wir derzeit miteinander, wenn wir es gar nicht Demokratie nennen wollen, miteinander Politik zu machen versuchen, haben den Effekt, dass sie sozusagen die Skepsis gegenüber Demokratie systematisch fördern. Also es ist sozusagen die Art und Weise, wie wir es versuchen, da schießen wir uns selber ins Knie, gerade wenn wir gute Demokraten sein wollen. Gerade wenn wir denken, jeder Mensch sollte auf das Gemeinwesen gleichen Einfluss haben. Jeder sollte ein politisches Wesen sein. Jeder sollte die Gesellschaft mitgestalten. Und es sollte keine politischen Privilegien geben zwischen uns. Im Sinne von, manche haben sehr viel mehr Einfluss auf Politik als andere. Und das als verstetigter, institutionalisierter Form, wo man dann irgendwann tatsächlich von Oligarchie oder Aristokratie reden muss. Weil es eben so offensichtlich ist, dass einige wenige sehr viel mehr die Politik machen. Und alle anderen sind also rein passiv und erleiden Politik, aber gestalten sie nicht mit. Also wenn wir gute Demokraten sind, genau dann müssen wir ein hohes Interesse haben, den politischen Prozess und das heißt wirklich unsere politischen Verfahren, unsere Verfassung weiterzuentwickeln, weil auf die Art und Weise, wie wir es derzeit tun, wird immer größere Demokratie-Skepsis entstehen. Und zwar sozusagen hintenrum, also unwillkürlich durch den Prozess selbst entsteht Demokratie-Skepsis. Und der entsteht tatsächlich bei den Eliten selber, bei den Facheliten. Und zwar eben aus dieser frustrierenden Erfahrung, dass sie sozusagen das Differenzierungsniveau und das, was sie halt in ihren Fachdiskursen haben, nicht widergespiegelt finden im öffentlichen Diskurs. Umgekehrt ist es so, dass auf gelosten Bürgerversammlungen die Leute immer wieder neu überrascht sind, wie schnell ganz alltägliche Menschen mit völlig verschiedenen beruflichen Hintergründen, völlig verschiedenen Herkünften, völlig verschiedenen Bildungshintergründen, dass diese Menschen in der Lage sind, sich sehr schnell und sehr seriös in diese Themen einzuarbeiten. Das wird gar nicht mehr erwartet. Die Leute haben die Erwartung nicht, dass das geht. Es findet aber trotzdem statt. Also wir sehen, es hängt an den Bedingungen des Austauschs. Es hängt an den Bedingungen des Informationsaustauschs, ob eben solche Prozesse, ob politische Prozesse, ob demokratische Prozesse gut oder schlecht ablaufen, mit allgemeinem riesigen Frustrationspotenzial und dann einer daraus resultierenden riesigen Demokratie-Skepsis, die sich daraus automatisch, fast notwendigerweise ergibt. Oder ob es eben so abläuft, dass wir Vertrauen fassen darin, in demokratische Prozesse, dass eben jeder Mensch ein politisches Leben haben sollte, dass jeder Mensch Einfluss auf die Gesellschaft haben sollte, dass jeder Mensch die Gesetze, die wir gemeinsam beschließen, mitbestimmen sollte und eben auch politische Maßnahmen der Exekutive mitberaten sollte. In der Öffentlichkeit wird das immer schiefgehen, aus benennbaren Gründen. Die Öffentlichkeit ist kein Ort, in dem wir den politischen Willensbildungsprozess lassen können. Und die Öffentlichkeit ist auch kein demokratischer Ort. Also die Vorstellung, dass Demokratie irgendwas mit Öffentlichkeit zu tun hat, ist eine absolut irrige Vorstellung, die, wenn man sich anschaut, was passiert da, wie soll man sagen, das genaue Gegenteil ist der Fall. Öffentlichkeit wird immer autoritäre Vorurteile befeuern, und zwar auch teilweise gegen die Absichten der Teilnehmer. Weil die Leute viel Frist erleben dann. Und dieser Frist führt nicht dazu, dass die Leute sagen, jeder sollte am Gespräch teilnehmen, jeder sollte aktiver Teilnehmer, aktiver Teilgeber am politischen Prozess sein. Das ist das, der genau gegenteilige Effekt tritt dadurch ein, dass wir politische Prozesse über die Öffentlichkeit spielen, anstatt sie in die Unmittelbarkeit geloster Gremien zu holen. Also meines Erachtens sind die einzig wahrhaft politischen und die einzig wahrhaft demokratischen Orte tatsächlich geloste Versammlungen. Wo natürlich Experten angehört werden, aber wo tatsächlich wir gemeinsam bestimmen, auch wen wollen wir überhaupt anhören. Und das betrifft dann oft eben auch betroffenen Gruppen, die auf ihre Art eben auch Experten sind. Zum Beispiel beim Thema Behinderung ist das offensichtlich. Ich kann natürlich irgendjemanden, der wissenschaftlich forscht, zur Behinderung hören, aber es ist sehr viel erhellender, die Alltagserfahrungen der Leute im Prozess zu haben, die halt verschiedenste Arten von Behinderungen haben. Oder beim Thema Alleinerziehende. Natürlich gibt es Forscher, die forschen zum Thema Alleinerziehende. Natürlich kann ich mir die reinholen, natürlich sind die wichtig. Aber genauso wichtig ist es, Leute zu hören, die halt mit der Erfahrung, alleinerziehend zu sein, seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, leben. Das ist auch Expertise. Das ist halt Alltagsexpertise. Und beides brauchen wir im politischen Prozess. Und zwar so, dass es sich nicht gegenseitig bekämpft, sondern dass es zusammenfließt. Und genau das leisten geloste Bürgerversammlungen. Deswegen gehören heutzutage unsere politischen Prozesse, gerade wenn wir gute Demokraten sein wollen, in geloste Bürgerversammlungen. Alles andere wird den Frust am politischen Prozess selbst zu so viel Frust führen, allgemein, bei verschiedensten Leuten aus verschiedensten Gründen, dass am Ende autoritäre Systeme stehen werden. Und zwar aus purer Verzweiflung, aus nachvollziehbaren Gründen. Also auch da, ich verweise immer aufs Gleiche, ähnlich die Antike. Also soweit wir das nachvollziehen können, mit der dünnen Quellenlage und diesem großen historischen Abstand, ist zum Beispiel eben sowas wie die Tyrannis in Athen, die Tyrannis des Persistratos, aus purer Frustration entstandener Leute. Sie haben also auch mit diesen gewalttätigen Debatten zwischen ihrer eigenen Oberschicht, zwischen ihren eigenen Aristokraten, war so viel Frust, dass dieser Frust, der in der Bevölkerung war, mit diesem ständigen Gekämpfe in der Öffentlichkeit, dass die Leute dann lieber einen Tyrann haben wollten, weil dann war wenigstens Ruhe. Diese Gefahr ist eine bleibende Gefahr für jede größere, komplexere Gesellschaft. Deswegen hört das auch nie auf. Ja, also da muss man nicht mit dem autoritären Charakter kommen. Das ist ein Systemeffekt. Und solange wir nicht Prozesse haben, die uns Demokratie positiv erleben lassen, wo wir sagen, hey, super, dass verschiedenartige Menschen dabei sind, weil das macht die Entscheidungen, das macht die Prozesse und die Resultate der Prozesse besser. Solange wir das nicht so erleben, werden wir alle latente Demokratie-Skeptiker sein. Also latent sind wir alle, alle, ausnahmslos alle, Feinde der Demokratie. Und zwar genau deswegen, weil wir diese positiven demokratischen Prozesse noch nicht erlebt haben. Ja, wie sollen wir Vertrauen in Demokratie fassen, wenn wir das ganz anders erleben? Am Ende ist für den Menschen immer das Erleben das Wichtigste. Nicht irgendwelche abstrakten Gedanken, nicht irgendwelche Theorien. Und wenn Leute eben diese Prozesse, die wir heute demokratisch nennen, als extrem frustrierend erleben, dann steigt natürlich die Demokratie-Skepsis. Was sollte denn anderes passieren? Und insofern brauchen wir tatsächlich eine Demokratie, die sich gut anfühlt. Und ich kann sagen, soweit ich das als Laie erfassen kann, diese Demokratiebegeisterung gab es im antiken Athen, mit eben gelosten Versammlungen und einer allgemein aktiven Bürgerschaft. Es gibt Äußerungen aus der Antike, die ganz eindeutig darauf hinweisen, dass die Leute diese politisierte Gesellschaft, in der die gesamte Bürgerschaft aktiv mitberaten hat, aktiv mitentschieden hat, als etwas sehr Erfüllendes, etwas sehr Emphatisch Aufgeladenes erlebt haben. Oder sogar ganz pathetisch, als die beste menschliche Lebensform oder sogar die eigentliche menschliche Lebensform. Die Frage ist ja, wie können Menschen überhaupt zu so einem Schluss kommen? Das könnte einen hellhörig machen. Wieso könnten massenweise Menschen Politik geil finden? Die Antwort ist ganz einfach, weil sie andere Formen gewählt haben des politischen Prozesses. Weil sie Politik anders gemacht haben, als wir das in der Moderne, in der Neuzeit versuchen. Und letztlich ist das der Imperativ unserer heutigen Zeit. Politik muss Spaß machen, ganz platt, muss Freude machen. Es muss ein freudvoller, erfüllender Prozess sein. Und wir sehen in den heutigen Formaten geloster Bürgerversammlungen, dass von ehemaligen Teilnehmern, dass sie das auch sein können, auch unter heutigen Bedingungen. Weil wenn wir das Feedback hören von Leuten, die teilgenommen haben, an solchen gelosten Beratungen in Deutschland, in Irland, sonst irgendwo, dann sind die allermeisten Leute der Meinung nach der Teilnahme, so sollte Politik immer sein. So sollte Demokratie sein. Das ist das Feedback von Leuten, die die Erfahrung gemacht haben. Und deswegen auf gewisse Weise sehr viel mehr Experten für Demokratie sind, als wir, die wir diese Erfahrung noch nicht gemacht haben. Und wie gesagt, ich sehe große, große Probleme, nicht nur wegen dieser großen Elitenskepsis und die wollen uns nur was Böses und Verschwörungstheorie. Ich sehe auch eine große Gefahr, dass die Demokratie von der Seite der Eliten oder Akademiker oder Experten, Fachexperten selber erodiert, weil diese Leute eben auch frustrierende Erfahrungen machen. Ja, ganz kleine Zahl geht dann in die Politikberatung und macht dort dann auch, das ist aber ein eigenes Thema, sehr frustrierende Erfahrungen, die, um es kurz zu fassen, sehr viel mit den Parteikalkülen zu tun haben und eben auch wieder der Bauweise unseres Systems, dass Politiker verpflichtet, extrem auf diese Parteilogiken zu achten und achten zu müssen. Das ist ihr Primärfokus und muss, so wie wir derzeit Politik machen, auch ihr Primärfokus sein. Das heißt nur, dass eben Wissenschaftler und andere Experten, die dann in die Politikberatung gehen, extrem frustriert sind. Das ist ein Phänomen, das ist auch nicht erst seit gestern so. Ich erwähne es immer wieder, ich habe studiert bei Leuten, die Politikberatung gemacht haben und die waren alle extrem frustriert und das ist vor 20 Jahren her. Und ja, also kurz gesagt, wir brauchen Verfassungsreformen. Wir brauchen ein anderes politisches System, ein weiterentwickeltes politisches System, das geloste Bürgerversammlungen konstruktiv integriert ins Institutionensetting. Und zu einem wirklich tragenden Säule des politischen Systems macht, wenn nicht sogar zum zentralen Prozess der politischen Willensbildung von uns allen. Und das bedeutet natürlich, wir haben sehr viele solche gelosten Versammlungen die ganze Zeit über. Zu dem Thema, zu dem Thema, zu dem Thema, auf der politischen Ebene, auf der politischen Ebene, auf der politischen Ebene. Zu legislativen Prozessen, also gesetzgeberischen Prozessen, aber auch zu Einzelmaßnahmen, als auch zur Kontrolle unserer Berufspolitiker. Wir brauchen verdammt viele geloste Versammlungen und das die ganze Zeit. Und das ist eine gute Botschaft, weil das bedeutet, dass tatsächlich wir alle aktiv involviert sein werden und dass eben die Zeiten des Passivbürgers, der Politik nur erleidet oder nur zuschaut oder nur inkompetent kommentiert, wie auch immer wir das nennen wollen, dass diese Zeiten vorbei sind. Dass wir alle politische Verantwortung übernehmen müssen. Wir alle. Und zwar wir alle gleichermaßen. Keiner von uns mehr, keine von uns weniger. Und das lässt sich eben nur durch geloste Versammlungen, die eben verfassungsmäßig und regulär und regelmäßig werden, überhaupt bewerkstelligen. Und dann werden wir erleben, dass es auch Experten sehr viel besser geht, weil sie erleben, dass ihre Expertise auf produktive, nicht bevormundende Weise in die Prozesse einfließt. Das muss man natürlich sicherstellen. Die Bürgerinnen dürfen sich nicht gegängelt fühlen von Experten. Sie müssen also sozusagen ihren freien Willensbildungsprozess behalten. Aber das ist prozessual machbar, wie geloste Bürgerversammlungen zeigen, wenn sie gut aufgesetzt, wenn sie gut designed sind. Das ist machbar. Das ist nicht unmöglich. Dass sozusagen Alltagsexpertise der verschiedenen Menschen in der Bevölkerung und Fachexpertise von Wissenschaftlern und anderen Leuten, die sich professionell oder auf jeden Fall sehr viel Zeit mit einem Thema beschäftigen, dass diese beiden Perspektiven produktiv zusammenfließen und unsere politischen Entscheidungen sehr viel besser machen, als das, was wir derzeit haben. Aber über Öffentlichkeit wird das nie passieren. Öffentlichkeit ist aus meiner, nach meinem Verständnis, ein privater Ort. Das heißt, der antipolitische Ort schlechthin. Also die Öffentlichkeit für ein Politgeschehen zu halten, ist der zentrale Fehler der modernen Gesellschaft. Solange wir das so denken, solange wir das nicht begreifen, dass die Öffentlichkeit wunderbar ist für unsere Privatgeschäfte, also um Business zu machen, um Gleichgesinnte zu finden, um Spaß zu haben oder Frust rauszulassen. Das sind alles zutiefst private Vorgänge und auch erkennbar auf Social Media suchen sich die Leute halt, die Leute, die ihnen taugen, bis hin zur Differenzierung schon nach Plattformen. Also das sozusagen, bestimmte Leute sind dann eher auf der Plattform, der Plattform. Das ist strukturell ein privates Geschehen. Ja, also sozusagen in jeder sinnvollen Definition der Unterscheidung, privat versus politisch, ist das Internet und ist die Öffentlichkeit eine private Entität, ein privater Vorgang. Und die Missverständnisse, dass wir das für politisch halten, ist der zentrale Grund, warum wir so riesige Probleme haben, beziehungsweise, dass wir halt die Alternative nicht kennen, nämlich die Verlagerung in geloste Bürgerversammlungen im großen Stil, also die extensive Nutzung geloster Bürgergremien für den politischen Willensbildungsprozess unter aktiver Beteiligung aller Menschen und zwar gleich großer Beteiligung aller Menschen. Das muss heute so sein in einer differenzierten, komplexen Gesellschaft. Wenn wir es anders machen, werden wir also erleben, wie die Demokratie-Skepsis immer größer und größer und größer wird, meines Erachtens aus einem Missverständnis von Politik überhaupt und einem Missverständnis davon, was Demokratie eigentlich ist. Ceterum censio, Isonomia, Demokratia, Essesortiendam. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Demokratie, dass die Isonomie gelost werden muss. Es macht mehr so sein. Es kommt dann mit der Und Sie sagen, Gremien Vielen Dank.